Herr Helfried, wir haben einen Anruf für Sie in der Leitung. Es ist jetzt aber nicht Ihr Ernst, Herr Henning. Sie machen einen Spaß mit mir. Es ist aber dringend. Ja, dann stehen Sie durch. Grüß Gott, da ist Dobernik. Grüß Gott, Frau Dobernik. Ja, nicht Frau Dobernik, da ist der Harald Dobernik. Grüß dich, Harald. Gibst du mir mal deinen Papa, bitte? Das ist der Landesrat Harald Dobernik. Was, der Landesrat Dobernik? Der ruft mich an? Ja, für was denn? Für Finanzen, Kultur, Brauchtum, Personal, Sonderbedarfszuweisungen und Landesgesellschaften. Ja, da gratuliere ich. Aber solltest du nicht vielleicht einmal Matura machen zuerst? Ich bin Magister der Betriebswirtschaften. Ja, Respekt. Ja, dann sage ich vielleicht doch Sie zu dir. Wie sind Sie denn zu all diesen Funktionen gekommen? Na ja, es hat Sie ehrlich gesagt zu uns keiner drum grießen. Na ja, das kann ich mir vorstellen. Aber sind Sie da überhaupt qualifiziert? Ich meine, was ich weiß, waren Sie ja vorher... Es ist ja leider viel zu früh von uns gegangene, verstorbene Landeshauptmann Jörg Haider hat auch und vor allem immer wieder jungen Menschen wie mir die Chance gegeben, sich einzubringen. Und weiteres möchte ich sagen, der Wille steht für das Werk und der Weg ist das Ziel, auch wenn der politische Gegner... Ja, Herr Dobernik, ja, alles schön und gut, aber... Seien Sie jetzt bitte so gut und sagen Sie mir, was Sie von mir wollen. Ich habe jetzt nämlich zu tun. Ja, ich hätte eine Bitte. Und zwar, bei Ihnen spielt doch heute der Herr Schneider. Ja. Ich war halt eh gern selber gekommen, aber ich habe einen Kulturtermin. Ich bin beim Tschurtschelfest von der Freiwilligen Feuerwehr, der jetzt griefen. Könnten Sie den Herrn Schneider von mir grüßen lassen? Ich soll den Herrn Schneider von Ihnen grüßen lassen? Es wundert mich, dass Sie den überhaupt kennen in Ihrem Alter. Haben Sie ein Buch von ihm gelesen? Nein, das ist sich leider nicht ausgegangen. Wissen Sie, ich komme immer so spät heim und da bin ich schon summiert. Und dann tue ich alleine ein bisschen Uno spielen mit der Mama und dem Papa. Aber ich kenne ein Lied vom Herrn Schneider, das es mir so gefallen tut. Ein Lied, ja, welches? Katze, Klo, Katze, Klo, ja, das macht die Katze froh. Das kann ich auf der Trompeten auch schon spielen, wissen Sie? Ja, Herr Kulturlandesrat Dobernik. Ja, ich werde dem Herrn Schneider Ihre Grüße ausrichten. Er wird sich bestimmt sehr freuen. Na, danke schön. Vielleicht passt es einmal, dass er auf der Seebühne... Ja, ja, selbstverständlich, ja, ja. Herr Kulturlandesrat? Ja? Ich werde alles machen. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Und danke schön noch einmal. Wollen Sie einmal etwas brauchen, wissen Sie? Ja, ja, ich lasse mich verbinden. Auf Wiederhören, Herr Kulturlandesrat Dobernik. Auf Wiederhören. Applaus Ja, ich lasse mich verbinden. Vielen Dank.